Hallo, wir sind hier am Dr. Wack Chemie Stand. Ich spreche mit Wolfgang Westphal. Hallo. Und zwar, Herr Westphal, was ist neu bei S100? Ja, auch in diesem Jahr haben wir wieder bei S100 neue Produktinnovationen. Eines davon ist unser Saubersepp. Der Saubersepp ist eine Spritzschutzhilfe, um Kettenspray ohne Verschmutzung der Rahmen oder Felgen- und Reifenteile problemlos aufzubringen. Ja, wir nehmen dann unser S100-beißes Kettenspray, stecken den Saubersepp drauf, haben hier die Düse zum Einstellen, dass wir parallel zum Spritzschutz kommen und können dann in die Kette hinein das Kettenspray auftragen, ohne dass wir alle sämtlichen Umfeldteile wie Rahmen oder jetzt dann auch, wenn ich so halte, Reifen oder Felge verschmutze. Herr Westphal, welche Produktneuheiten können Sie uns noch vorstellen? Ja, die zweite Produktneuheit von S100 ist das S100 3-Loop Kettenspray. Ein spezielles Kettenspray auf Trockenschmierbasis mit einer extrem hohen Korrosionsbeständigkeit, einem extrem hohen Verschleißschutz. Der Kunde liebt vor allen Dingen, dass das Produkt nicht abschleudert. Es wird im Februar 2015 auf den Markt kommen.